Ja, mein Gehirn registriert das nicht, dass ich Y und Plus drücken kann. Ich mach das einfach so. Ich kann das wahrscheinlich auch über die Map machen und also Z, L, L, Z und... Alles zu kompliziert. Ich bin zu alt für sowas. So schnell? Someone never flounder, always get job done. Thank you so much. Thank you, not necessary. Someone is fixer-upperer by trade. What's that? Ah, this is Ultimate Vessel. Ultimate Vessel? That right. Even Vortex in Raging Greats see not slow advance. It go down in history as Queen of Boats. Still work in progress, but sure to bring to fruition someday. It's someone's dream. Wow. So, dann wollen wir mal. Warte. Ha. Wo müssen wir hin? Wahrscheinlich nach oben, ne? Ist es das da? Schauen wir mal. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Das ist alles fertig. Wow, toll! Okay, ich werde die nächsten Mal holen. Ich habe sogar die Materialien und was. Ich mache mir etwas mega cool, ja? Sure, was kind of blade do you want? Sword? Gun? Fists. Okie dokie. Hey. Hm? If we didn't have to fight each other, do you think that could have been Euron? Euron? Did you ditch training again just to work on this stuff? Did not? I'm not skiving. I just had a bad headache. I gave notice too. Excuse me? No one did that for you, right? Haha. Yeah, I'm used to doing it. Okay. It's done. Hold on. Is that... Who's that? Lance? This one's Uni. This one's Uni. And this is Noah. Hey! That looks just like me. Good job, matey. Huh? I love it, Euron. Uh, yeah? Yeah. We don't have your talent. All we can do is slash and shoot each other. But you create things. Hey, so who's this? We know someone like that. Looks like a real tough fella. Um, that's... Uh, it's me. What? This is you. It looks nothing like you. Ha, 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 ha. Roasted. But he's as Consuel. That's what I want to end up like. Someday. Silly, huh? It's not silly. I believe in you. I've seen exactly what you can do. You think he's got what it takes? You're talking out your bum. No, I'm not. He can do it. Right, Euron? Uh, uh... I'll try then. I'll try really hard. He looked up to me, man. Smiling. Sometimes it's hard to judge, huh? What we're supposed to be protecting. It all gets a bit blurry. Yeah. Even so, his smile was the real thing. We should cherish that. Next time, we'll think twice. About who really needs punching. Yeah. Yeah. I hear you. So you saw it. Huh? Your husk. Your own lifeless husk. You've come across it. What? How did you...? How did you...? Your eyes. You looked like you were gazing into your own past. That's crazy. Live long enough and you learn how to figure out stuff like that. Oh, it hasn't been as long as you think. But... Folk do tell me I'm pretty sharp. Huh. Naul. How come you don't wake these guys up? Can you use the help? Or is it... Cause they'd just be Mobius fodder? They can't be fodder. They can't be fodder. If we wake them up here, they'll be freed from the shackles of the flame clock. So why then? Because this is our fight. We don't know how long it'll take. And their lives are short. So you don't want to get them mixed up in everything? That's one reason. And... the other? People need to learn who they really are. What they have to leave behind for posterity. I want them to wake up in a world that affords them that chance. How do we discover who we really are? That from the husk. Yeah. You won't find yourself there. Huh? You've gotta look to the present and the future only. The one in the past, it isn't you. You didn't make that and it's not yours. Make that? But... Look to the future and you can build yourself up however you like. You can become whoever you want to be. I can? You've got the power to do so. Be true to yourself. Thank you. That's... Well... That's what my dad always said. Your dad? Hm. But it goes for you, too. True to myself. We'll see. Ah! Really? Did you seriously just burn your tongue again? Oh... Ah, you saw that. Well, your soup is one of the highlights of my day. Really? Whoa, thanks. I'm flattered. It was just the truth. Want some? To taste test? For real? Good thing I got off early. You enjoy cooking? Oh, it's been drilled into me. It's a ritual now. Can't really start the day without making a pot. I get you. Two months, huh? Since that battle. Yeah. You're tough. No joke. Eh? We heard from uni that you're just like us. Oh, that part. I've been plodding along, playing it all cool. But when we saw him again, I thought... Nah, snuff all of this. I'm scared too. Just so you know. Since Monica told us the whole truth... I've hoped... No. I'm sure I'll see Miyabi again. I'm so sure of it. Hard, wasn't it? Hearing that. Yeah. But... It sure beats ignorance. That's what Noah thinks too. You're hard as nails. What we don't know... Might as well not exist. It's an obvious way to think. But it isn't right. Closing my eyes doesn't mean evil disappears. And so... You go on? Yeah. I'll keep going. While my flame still flickers. To the bitter end. With all of you. You said it. Es kam eine Nachricht von Monica! Ja, das Schiff ist fertig. Salmon... ...hat wohl wirklich Tag und Nacht... ...wuhm's durchgearbeitet! Dann kann die Mission ja losgehen. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Wir sollten es ja mal am Hafen aufsuchen. Ja. So, äh, Zelda BOTW gespielt. Neben Quest von Xenoblade Chronicles. Was haben die Spieler gemeinsam? Gar nichts. Das ist einfach eine Werbequest, die rauskam, als Xenoblade Chronicles 2 releaste. Du kannst da halt dann das, äh, Outfit vom Hauptcharakter kriegen. Für Link. Und das war's. So mehr... Wer ist das nicht? Uh, yeah. Is that, uh, äh, wonder if there's another way somewhere. Simon hat schon auf Freunde gewartet. Neues Schiff ist fix und fertig. Wir verlassen uns auf euch. Bitte holt Gondor da raus. Das heißt, du kommst nicht mit? Das ist nicht die einzige Mission, mit der sich die Verlorenen im Moment befassen. Jensen, du leitest die Infiltration. I never ask for this. Kommt uns dabei bloß nicht in die Querie. Möchte gern Uroboros. Nee, 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 nee. Mach dich mal lieber um euch selbst sorgen. Simon, erläutern Sie den Weg, der auf dem Schiff zurückgelegt werden soll. Nu? Wie schon gesagt, müssen Freunde auf Grenzgängerin durch Erythia-Meer schippern bis zu Lager direkt unter Schloss. Und der schwarze Nebel soll dabei unsere Anfahrt verschleiern. Ha? Aber nu kommt wichtigster Punkt. Insel ist rundum von Steilklippen umgeben. Grenzgängerin ist reines Wasserfahrzeug. Kann keine Klippen mehr klimmen. Freunde müssen danach aus eigener Kraft weiter. Also müssen wir irgendwie die Klippen hochklettern, ohne dabei entdeckt zu werden. Irgendwie hochklettern ist gut. Nein, das dürfte unmöglich sein. Das Lager gehört zu Schloss Agnes. Somit dürften die Sicherheitsmaßnahmen strikter sein als in jeder Kolonie. Darauf kannst du Gift nehmen. Deshalb solltet ihr vor der Fahrt zum Lager auf Winisog halt machen. Dort ist eine unserer Soldatin untergetaucht. Sie heißt Kisame. Die einzige Person, die vom Hügel der Hoffnung entkommen ist. Du meinst also, wenn wir sie über die Flucht befragen, bekommen wir vielleicht die eine Idee, wie wir dort eindringen können. Winisog ist ohnehin auf dem Weg. Die Fernkommunikation ist unzuverlässig. Da ist es einfacher, vor Ort vorbeizuschauen. Verstehe. Das wäre alles. Macht euch so schnell es geht auf Aufbruch bereit. Okay. Simon wünscht viel Glück. Wie jetzt? Ich dachte, sie steuern das Schiff. Simon hat jetzt pausenlos gearbeitet. Braucht dringend Pause, sonst explodiert Kopf. Und wer übernimmt dann das Steuer? Simon hat Gebrauchsanweisungen für Schiff an Iris von Freunde geschickt. Kann also machen, wer Lust hat. Aber bitte aufpassen, wer Grenzgängerin zum Kentern bringt, den verfolgt rachdürstiger Samen bis Lebensende. Na, da hat jemand richtig Lust auf die Rolle als Steuermann. Freunde zu Feige. Na gut, da muss wohl Riku ran. Kriegst du das hin? Ist bestimmt leichter als Levenis fliegen. Riku war schon in unserer Kolonie-Mechaniker, mit der Wissen. Sowas hat er im Schlaf drauf. Hoffe ich zumindest. Sehr vertrauenserweckend. Ja, Riku ist bestimmt Naturtalent. Wir müssen Gondor aus dem Lager holen. Das ist die einzige Möglichkeit, die wahren Königin zu finden. Wir werden das schaffen. Koste es, was es wolle. Nice. Los geht's. Ähm... Dann bin ich ja mal gespannt. Ah, ZR vorwärts. Uh, voll cool. Ta-da-da-da. Ah, ah, ah. Megacool! Oh Gott, nicht so cool. Einfach Level 63, Alter. Läuft das, wenn ich so ein Ding überfahre? Oh Gott, nicht das Level 64 Ding überfahren. Okay, die dränge ich einfach nur aus dem Weg. Kann ich jetzt hier... raus? Irgendwie? Okay. Kann ich nicht aussteigen, tatsächlich? Oder kommt das später? Oder bin ich doof? Ach ja, A halten, aussteigen. Okay. Ich hab's nicht gesehen, Alter. Ich hab's nicht gesehen. gonna laut Vor ihm habe ich Angst, aber hier scheint noch nicht wirklich viel zu sein, oder? Wurf. Ey, es sieht aber voll hübsch aus hier. Da sieht man so ein bisschen die Anleihen an... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Anleihen an Xenoblack Chronicles X, zumindest bei dem Ding da hinten. Das sieht aus wie diese Waldregion. Wir fangen komplett wieder von hier an. Das sind halt auch ein paar Scherzkekser, Alter. Dann fahren wir mal zum Ziel. Oh Gott, was geht hier? Sehr cool. Sehr cool. Sehr cool. Mir geht's gut, den Katzen geht's auch gut. Das hat sich nicht gelohnt, glaube ich. Was soll's, lauf mir weiter. So, she was all alone out here. Acting alone is better for intelligence gathering and makes it easier to hide. It may have been a strategic decision. So, she was all alone out here. So, she was all alone out here. It's gorgeous. I can hardly believe my eyes. Is this real? We don't wage many battles at sea, so makes sense the seas would be relatively untouched. Aha. Wenn die Leute sterben am Meer, ist es meistens wegen ihrer Pharaonist-Sinke. Sie schrauben. Es ist schwer, ihre Leben mit einem Blatt zu schrauben. Soll es das so sein, ich denke, es ist ein bisschen offensichtlich. Ein bisschen ironisch, dass das ist, warum es immer so prächtig ist. Die andere halve meiner Meinung ist. Oh, wir sprechen jetzt über das? Soll ich hier sein, ja. Right? Ich habe dir gesagt, es war eine zweite halve. Es ist du, Mio. Ich? Was? Du willst eine Erinnerung auf uns, auf alle uns und das Welt, nicht wahr? Ich kann nur ein Bezug auf, was du willst. Ich kann nur ein Bezug auf, was es sein muss. Und dann bin ich nicht überzeugt, dass ich es richtig ist. Aber, lass mich nur sagen, dass du nur ein bisschen über ein Monat hast. Wir können nicht das Veränderung auf. Es gibt nicht viel Zeit, um deine Marken zu verlassen. Wenn ich etwas tun könnte, um dir Zeit zu geben... Wenn es in meinem Macht wäre, würde ich. Nicht nur ich. Senna auch. Und Noah. Wir alle denken das so. Mio? Barks! Du machst mich hier schlafen, Mann. Oh, sorry. Das war nicht meine Intention. Nein, danke. Nimm-Awe ist das. Huh? Du bist sogar schön mit Uni. Stuff wie das. Oh, wirklich? Ich habe noch nie gedacht. Ich habe noch nicht gedacht. Ich habe noch nicht gedacht. Wir machen uns, wenn wir einen von diesen Häusern sehen. Ein Sophronium? Ja, genau. Ich denke, das ist eine großartige Idee. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, lass uns doch mal zu dieser Kristallinsel fahren. Die finde ich voll schön. Da will ich wissen, was da ist. Ah, perfekt. Das ist sie sogar. Uh, aber was ist dort? Das sieht auch so einladend aus. Okay, das ist nur ein Wrack. Lahm. Ich merke schon, dass das hier einfach gigantisch ist, Mann. Okay. Das muss ich Kornisland sein, das die Kasame erzählt hat. Wir fahren über die Isle und gehen nach dem Opposite Seite. Das wird wo Agnians die Transport halten. Das Mario 64 Let's Play ist auch echt gut geworden. Glaube ich. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, es zu spielen. Also wird es wahrscheinlich ganz gut geworden sein. So, warte mal. Ich glaube, ich habe Level 10. Ah, wundervoll. Und ich habe das hier freigeschaltet. Sehr gut. Mhm. Noch ein bisschen mit Mio spielen, bevor sie dann irgendwann ihre Heimkehr antritt. Ah, fuck. Ich habe gar nicht die richtigen Angriffe hier drin. Oh. Ja. Ich war auf die ganze Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Warte kurz. Das ist glaube ich okay, aber das war das Bessere. Hier haben wir Erterangriff runter, das ist komplett unnötig. Das klingt ganz gut. Rückprall ist okay. 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 So weit, so gut, schätze ich. Ich glaube, das passt. Dann können wir hier noch mal gucken. Ein bisschen was tut sich vielleicht hier auch noch. Nicht erlerntes Talent. Hauen wir das halt hier rum. Ach, come on. Ich habe ein neue Trick auf meine Sleeve. Ich habe ein neue Trick auf meine Sleeve. Ich habe ein neues Trick auf meine Sleeve. Ellinger A new power, eh? A new power, eh? A new power, eh? More to add to the playbook? More to add to the playbook? More to add to the playbook? Sehr verwirrend, das Ganze. Ach, come on. Ach, come on. Ich kann nichts mehr lernen. Ist das euer scheiß Ernst? Okay, dann halt nicht, schätze ich. Woa, neue Kraft! 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 Schätze ich, muss nach da unten, oder? Mehr Enemies! Ich werde sie beobachten! Ich mag's, wie die Switch auch gar nicht klarkommen mit allem, was hier passiert. Framerate einfach konstant furchtbar. Also... Damn! Scarcey hat mir 5 Euro gespendet! gespendet. Voll cool, vielen Dank dafür. Ich hab das mal wieder nicht gesehen. Irgendwie glaube ich, dass meine Sounds nicht mehr abgespielt werden am PC. Vielleicht soll ich das mal checken. Meine ist tatsächlich nur angenehm warm. Also sie ist jetzt noch nicht so heiß, dass ich sagen würde, okay, vielleicht hab ich ein bisschen Panik vor dem, was hier gerade passiert. Ich bin der Wenn du bereit hast, wurde erhältst? Er geht um zu. Hole? Training! Pause! 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 Zeit für die BKL! ... Bewege! Was ist bereit? Das ist vorbei! Oh, sorry. K�i Sie nicht? Ich kann Sie helfen! Sie werden! Warum ist das schon wieder so ein krasser Struggle hier? Holy shit. Oh, da sind Dudes auf dem Boden. Wo kommen die denn her? Waren die schon die ganze Zeit da? Warte mal. Äh, ich glaube das passt. Sollte okay sein. Okay, warte. Wir haben hier unten auf jeden Fall... Die habe ich auch nicht gesehen, weil wir einfach eine Million Leute auf diesem Kampffeld sind, Mann. Sollte okay sein. Das war's für heute. Oh, ich bin wieder bei der Heiler-Tod. Fucking hell, Alter. Ach. Dann schau ich doch einfach mal, was es so an Bonus-EP zu holen gibt. Weil, fick, diese ganze Nummer. Das sieht doch cool aus. Schön, dass mir halt immer eine Sache fehlt überall. Ich habe keine Ahnung, wann ich mit Person of the Strikers anfange. Irgendwann bestimmt mal. Aber spontan, kein Plan. Uh. Oh, kann ich nicht kochen. Nehme ich halt das hier. So, kann ich einfach hier wieder raus? Ich glaube schon. Kirby war schon. Tatsächlich müsste von den Helden eigentlich der Dude ganz gut sein. Weil er vor allem ja auch so eine, ähm... So eine Maschinen-Plus-Geschichte hatte. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh. Wo kann ich mir die Klasse denn holen? Ist sie schon hier auf der Map? Boah, ach, es gibt gar keinen Schaden runter, voll gut. Ich finde es ganz witzig, tatsächlich. Ich finde es gut, es gibt gar keinen Schaden. Ich finde es gut, es gibt gar keinen Schaden. Okay, wenn der Kampf jetzt nichts wird, dann hol ich mir die mal und schau mal, wie es dann wird. Ich finde es gut, ich bin gleich da. Oh mein Gott, komm schon. So. Da ist noch einer. Oh mein Gott, komm schon. 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 So. Oh mein Gott, komm schon. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nice. Dann waren das hoffentlich alle. Ich hoffe auch. Sollten besser ein paar von uns draußen Wache schieben. Dann werde ich mich freiwillig. Ich auch. Sick. Macht ihr mal. So, Ouroboros macht auch ein Training, oder? Du bist... Uh... Shania. Shania reads. About your rescue mission. Gondor und ich sind Freunde von der Krib. Ich weiß nicht das Wort, Krib. Das bedeutet, dass du uns ein paar Mal kennengelernt hast? Ich denke, du hast das Wort nicht benutzt, oder? Why even use words? Feels like we're just talking at cross purposes. Uh, sorry about that. You know what? Forget it. Well? Gonna answer my question? You mean about training? Yeah. That's the thing. Mimi and the others are doing their best. I need two as well. Anything to help me get an edge. So... Mimi, is it? Mimi, is it? That's what you call her. That's what you call her. The one with the long ears. Yeah. We've always been in the same colony. You're friends. That might be saying a lot. She's kinda like my role model. She's strong, kind, mega dependable. You're Sena, right? Huh? Oh. It's... You are... I'm Mio, third term. We haven't met before, have we? Oh, I'm sorry. Your name totally slipped my mind. But I don't think we've talked before. Uh... Um... You know, I was just looking for a training partner. For the trial? I like to think I'm pretty quick on my feet, but... I'm not really strong enough. Our captain said you would make a good addition, and that you're super strong. He's exaggerating. I'm totally average. Totally. Wanna try? Teaming up? With you? You sure? I'm a nobody. Sure, I'm sure. I'm literally asking you right now. It's your choice. Well, if you really don't mind. Sure. Really? Golden? We're a team then. Mm. Thank you. Role model. She's the one who's kept me going. I wouldn't be here otherwise. And after meeting you guys, now I understand what life's really all about. A part of nature's cycle. I'd never even thought about it before, but it's pretty amazing, huh? How is it natural? Huh? Why should we swing our blades around without a hope of winning? Better to die, and be born again inside their cycle. Just pulling your leg. Caught you off guard? Well, yeah, you kinda did. How'd you expect me to react to that? Hey, do you always work so hard for approval? That fun? Huh? You can tell? That's right. Because we're just the same. Come on now, be true to yourself. Oh, evil. Hey, uh, Mimi? What's up? Speak to me. Uh, uh, um, it's, uh, lovely weather we're having. I don't know, I'd say lovely. Bit overcast. Oh, you're right. Silly clouds. Guess I had my head in them. Huh? Huh, what was that about? Okay, cool, los geht's. Hey, can we take five? Do, 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 do. Können wir einfach Shania nehmen und sie ins fucking Wasser werfen? Weil, holy shit. Halt. Kann nichts Gutes bedeuten einfach. Warum können die da einfach hochlaufen und ich struggle mir hier mega einen ab? Und cool. Aber gut. Ich glaube, ich würde hier den Break machen und dann hier morgen weitermachen. Vielleicht gehe ich noch offline ein bisschen die Karte erkunden, um mal zu schauen, ob ich euch ein paar coole Sachen zeigen kann. Reden. Schwierig. Und ja, dann würde ich erstmal, wie gesagt, Feierabend machen. Wow.